Hallo und schön, dass du wieder dabei bist zu einem neuen Video. Heute geht es mal um eine Pflege von einer Maschine, die ich ziemlich viel benutze und zwar die HLA85. Das ist noch das alte Modell. So sieht es aus, das ist die Teleskop-Heckenschere Akkusystem AP. Und wie du siehst, die hat schon gute Gebrauchsspuren. Aber heute will ich ein bisschen Pflege betreiben. Das heißt, dieser Schaft, der immer rein und raus gezogen und reingeschoben wird, wird gepflegt. Ich habe eine neue Abdeckung, die ist sehr kaputt und ich musste sie auch schon mit einem Kabelbinder befestigen. Und darum geht es heute, so ein bisschen Pflege und ja, was brauche ich? Ich brauche einmal Bremsenreiniger zum Reinigen und einmal Silikonspray und einen Lappen und natürlich die Abdeckung von Stiel. Und ja, wir haben jetzt Oktober rum. Sie hat natürlich gute Gebrauchsspuren geschärft. Ist sie noch, schneidet noch ganz gut. Ja, und wie man sieht, sie ist gut gebraucht. Ist so meine Lieblingsmaschine und deswegen muss man sie auch ein bisschen pflegen, weil sie hakt jetzt hier so ein bisschen rein und raus. Ist halt gerade auf der Leiter. Ist es ein bisschen hakelig geworden und ja, mehrmals jetzt auch draußen im Regen mit benutzt. Und deswegen pflege ich das Ganze heute mal. Und deswegen wollte ich dich einfach mal mitnehmen und wie ich das mache, dann kannst du ja mal sehen, was du davon mitnehmen kannst. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt mal an. Ich ziehe mal die ganze Maschine raus und pflege jetzt erstmal diesen Aluminiumschaft und gucke mal. Er ist, glaube ich, auch so ein bisschen verkitscht. Ich hoffe, weil ich habe gar kein feines Schleifpapier. Ich hoffe, dass noch alles okay ist. Und ja, dann würde ich sagen, ich fange einfach mal an. Das meinte ich hier, das letzte Stück lässt sich echt schwer rausziehen und die Schraube muss auch mal eingestellt werden. Wie man sieht, man hat schon eine gute Reichweite damit. Ich bin sehr zufrieden von der Maschine und jetzt kann man ja mal gucken, hier klar, dass die geht nur bis hierhin und wird hier mal festgezogen. Da sind natürlich Macken drin, aber ansonsten sieht das ziemlich gut aus. Ist doch keine großen Macken drin, Gott sei Dank, welche ich auch manchmal, so wie sie jetzt ist, dann hinlege. Und da ist es dann manchmal auch besser, dass man immer aufpasst. Ja, gerade wenn irgendwo Steine drin sind oder so, ich mache das mal hier runter. Das ist halt alles so ein bisschen jetzt hakelig geworden und deswegen wird das Ganze mal so ein bisschen jetzt gepflegt. Und ja, hier muss man mal aufpassen, dass es nicht einem runterfällt. Ich nehme ja meistens zuerst Bremsenreiniger oder ja, irgendein anderes Reinigungsmittel. Aber jetzt im Moment habe ich leider nichts anderes da und dann muss es auch mal der Bremsenreiniger tun. Gerade zum Entfetteln ist das eigentlich ganz gut. Ja, ist eigentlich ziemlich sauber, Gott sei Dank. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Dann liegt es einfach wirklich daran, von dem oft benutzen, dass es dann wirklich in sich dann hakt, einfach abgenutzt ein bisschen ist. So, jetzt nehme ich am besten mal einen neuen Lappen. Ich nehme immer gerne solche Mikrofaserlappen oder ja, ich muss jetzt noch mal ein Paket alte Lappen bestellen. Und ich nehme mal halt Silikonspray, weil es nicht fettend ist. Genau das Gleiche auch nehme ich gerne für Gummidichtungen und sonstiges. Und davon kommt jetzt reichlich drauf. Und ich lasse auch, ich versuche auch ein bisschen hier reinlaufen zu lassen, dass es ein bisschen nach innen geht. Weil an dem letzten Stück kommen wir halt nicht dran, ohne die Maschine auseinander zu bauen. So, dann tue ich da schon ordentlich drauf, wie man sieht. Und verreibe das Ganze. Man kann auch natürlich das Ganze auf den Lappen tun. Und dann ordentlich behandeln. So, dann müssen wir gleich mal gucken. Oh, die Dose ist aber auch nicht mehr dicht. Die haben ihre besten Tage hinter sich. Wohl so alt ist sie noch gar nicht. So sieht es halt aus. Und jetzt gucken wir einfach mal, weil man merkt schon. Ah, siehste. Jetzt geht das wieder wunderbar. Ehrlich. Da habe ich mich vermisst, wenn ich dann auf der Leiter stehe und das hakt. Du stehst dann einfach fast auf der obersten Sprosse. Ist es dann manchmal ein bisschen komisch. Mal auf. So. Und dann tausche ich die Platte. Und dann mal gucken, wie es unten drunter aussieht. Ich weiß, da ist ein Kugellager kaputt. Den Kabelbinder ab. Eieieiei. Nehmen wir uns einen Schlüssel. Ich nehme den ganz gerne, weil früher habe ich es nämlich mit. Jetzt wie man sieht, ich kriege ihn schon so auf. Ohne die Schrauben zu betätigen. Und da muss man auch jetzt gucken. Ne, der ist noch drinnen. Da ist ein Abstandshalter drinnen. Ja. Und ich würde sagen, die richtige Maschinenpflege werde ich dann vor Weihnachten machen, wenn es dann in den Urlaub geht. Hauptsache, ich habe jetzt mal die neue Abdeckung drauf. Weil dann, weil da ist auch da unten, die ist abgebrochen, wie man sieht. So. Und das ist dann alles nicht mehr... Da kann man es ganz gut sehen. Die sind komplett halt rausgebrochen. Ich weiß auch nicht, wodurch. Die ist auch nirgendwie hingefallen, die Maschine. So, wo ist denn was? Der Rest vom Schützenfest hier. Hier diesen Abstandshalter, meine ich. Da muss man gucken. Sonst muss ich da mal einen neuen bestellen. Hier hinten ein Kugellager ist defekt. Das rostet da ein bisschen vor sich hin. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das sieht man schon. Ich habe es letztes Mal gefettet. Das ist halt, ja, rostig. Aber das komplette Revision mache ich dann kurz vor Weihnachten. Wenn ich dann in den Urlaub gehe, finde ich dann besser. Weil ich brauche die Maschine jetzt noch. Und das reicht mir jetzt so einen Moment. Ich will nur gucken, dass da noch etwas dichter ist. So wie man sieht, jetzt durch den kaputten Deckel ist da jede Menge reingekommen. Aber die zieht sich ja auch der ganze Schnitt gut so ein bisschen hier vorn rein durch die Hubbewegung. Ah, okay. Da ist irgendwie Spannung drauf. Muss man mal gucken. Ah ja, hier. Der Der ist doch der war am Deckel dran. Deswegen ist das Ganze auch kaputt. Aber irgendwann gibt halt alles den Geist auf. Der ist nämlich jetzt hier schon da drinnen. So. Wunderbar. Da haben wir uns nämlich das. Ja. Da sieht doch aus wieder wie neu, oder? Die Schrauben sind alle gleich. Ah. Muss man echt lauwarm das Ganze anziehen, dass das nicht wieder bricht. Es kann auch sein, dass das davon gekommen ist, dass ich ein bisschen zu feste angezogen habe. Wenn ich jetzt hätte, würde ich ein bisschen Locktite drauf tun, also halbfestes Locktite. Ich habe nur noch festes da, also hochfestes. Und das ist nicht gut, sage ich jetzt mal, weil man will ja die Schraube wieder abbekommen. So sieht es jetzt aus. Einmal neuer Deckel. Ich werde jetzt noch ein bisschen das Schwert pflegen. Ich brauche die Maschine zwar wieder, aber wie man sieht, ist es schon gut verschlissen. Da wird auch Ende des Jahres ein neues drauf kommen. Die habe ich hier schon zwei, dreimal nachgeschliffen. Und dann geht natürlich irgendwann mal der Grundschliff raus. Ich habe halt keine Maschine dafür. Ich mache es halt von Hand. Und wenn der Grundschliff dann einmal draußen ist, aber man kann das ruhig fünf, sechs Mal nachschleifen, ist das kein großer Akt. Ich drehe die jetzt einmal rum. Immer unten die Sperre reintun. Der Akku ist noch drin. Oder am besten direkt der Akku rausholen. Gerade wenn man hier dran arbeitet. Normalerweise sollte nichts passieren, aber man weiß ja nie. Ich pflege das Ganze jetzt noch hier mit diesem Produkt von Stiel. Extra für die Schnittschneideblätter. Und ich werde jetzt mal sehen, dass ich die Maschine kurz anlaufen lasse, dass ich einen Versatz da drin habe. Das ist meistens immer schwierig, weil die meistens immer Zahn auf Zahn stehen bleibt. Und so sieht man es schon. Also, ne? Letztes Mal ist sie nass geworden. Dann habe ich sie nicht richtig trocknen lassen, weil ich dann direkt wieder weiter musste. Abends komme und ich weiß, ich habe nassen gearbeitet. Dann mache ich meistens die Abdeckungen hier ab und lasse sie dann hier schön im Lager trocknen. Bis zum nächsten Morgen ist das dann auch wieder trocken. Aber was ich immer zwischendurch drauf tue, ich mache es halt so, ist WD40. Das ist ja im Prinzip kein richtiges Öl, aber es pflegt ein bisschen. Und dadurch habe ich auch jetzt keine großen Verharzungen drauf auf dem Schwert. Und ab und zu dann mit diesem Pflegeöl werdet ihr es dann auch nochmal machen, wenn es dann in die Weihnachtspause geht. Oder ich mache direkt ein neues drauf. Ich muss mal gucken, wenn ich es nochmal richtig hinbekomme und schön geschliffen bekomme, dann bleibt es auf jeden Fall noch drauf. Aber die Maschine ist bei mir tagtäglich im Einsatz und habe daher natürlich auch einen guten Verschleiß. Das mache ich jetzt einfach hier mit. Kann ich danach wegschmeißen. Kurz war mit der Druckluft drüber. Jetzt kann man das auch mal näher betrachten. Also hier zieht die Maschine das immer rein, wenn man am Schneiden ist. und dann geht das da rein und deswegen sieht es dann halt im Betrieb so aus, wie es aussieht. Ich weiß gar nicht, ob das an der neuen Maschine geändert worden ist, aber naja, bei dir ist es halt so. Da muss ich halt alle drei Monate mal aufmachen, ein bisschen neu fetten. So, und jetzt sprühe ich das schön ein und dann ist das auch wieder schön gepflegt. Okay. Lassen wir mal ein bisschen lauf. So sieht es dann jetzt aus. Ich werde jetzt die Maschine einpacken. Ich brauche sie wieder morgen. Die kann jetzt über Nacht so ziehen und dann habe ich die wieder für morgen fit und wenn man nämlich dann auf der Leiter steht, man muss ausziehen, hakt sie auch dann nicht mehr. Es ist für mich Arbeitssicherheit, umso leichter ich auf einer Leiter oder im Baum oder sonst irgendwo arbeiten kann, umso besser ist es natürlich. Deswegen ist so eine regelmäßige Pflege auch erstens für die Maschine gut, zweitens zum Arbeiten und sie hält halt auch länger und wenn man das regelmäßig in Abständen tut, so alle zwei, drei Monate, je nachdem natürlich nach Belastung. Also diese ist jetzt in der Schnittsaison Oktober gerade sehr in Beanspruchung und da kann ich das schon fast jede Woche machen, mindestens alle zwei Wochen mal drüber schleifen. Da muss man mal gucken. Ja, schreib dir mal rein, wie du das ganze Pflegen tust unten in den Kommentaren und dann würde ich sagen, bleib gesund und bis zum nächsten Video.